Auf geht's! Auf geht's! Da ging es voll durch Ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Wir haben Sie voll erwischt! Wieder ein Abschuss für uns! Volltreffer! Wir haben Sie! Volltreffer! Volltreffer! Erwischt! Noch so einer und die sind fertig! Richtschütze ausgefallen! Wir feuern blind! Volltreffer! Da ging es voll durch Ihre Panzerung! Noch so einer und die sind fertig! Den haben wir fertig gemacht! Zervetum! Zervetum! Kette beschädigt! Wir haben Sie voll erwischt! Der ist die Stimme! Der ist nur der, die Stimme! Die Stimme! Der ist die Stimme! Der hat ihn und die Stimme! Volltreffer! Er ist abgeprallt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Er ist abgeprallt. Grün um unsere Ketten wurde getroffen. Wirkungstreffer! Los, Freunde, und die sind fertig! Er ging nicht durch. Wir haben sie voll ermischt. Sie haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest! Wir haben einen Kettenbeweg. Wir sind nicht mehr. 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 Junking voll durch Ihre Panzerung. Gegner zerstört. Kette wurde getrosselt. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Kette wurde getrosselt. Sie kann jeden Moment reißen. Wirkungstreffer. Wir haben sie voll erwischt. Karrieren voll durch Ihre Panzerung. Motor kaputt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Legen wir los. Water passiere. Wir können sie weg screening. Wir haben sie! Noch so eine und die sind fertig. Abprallen! Wirkungstreffer! 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 10 haben wir fertig gemacht. 4 Schläger! Wir haben sie bloß erwischt. Noch so einer und die sind fertig. Der Motor hat keine Leistung mehr. Noch so einer und die sind fertig. Wir haben sie. Motor wurde beschädigt. Er zieht nicht mehr. Wir haben sie voll erwischt. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Anführung nicht durchschlagen. Der ist abgeprallt. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Den haben wir fertig gemacht. Das muss nicht tun. Das muss nicht tun. Wir haben sie. Gegner zerstört. Wir haben sie. Wir haben unsere Ketten. Wir machen sie einfach. Oben ist sie komplett cooked. Wollt ihr? Was wir richtig gemacht haben?